Liebe Freunde, tonight in the tunnel, liebe Virologen und Ihnen, liebe Covidioten und Ihnen, liebe Steuer- und Steuerinnenzahler, tonight, 20.30 Uhr, in the tunnel. It's gonna be a great session, because the Sperrstunde is at midnight. Who will be there? The wonderful Kevin McManus, Moritz Haug, statt dem Hannes Oterhall, und statt dem Strutzi spielt heute Karol Hodasch. Warum das so ist, I'll tell you later. And also, wer hat denn überhaupt heute? 20.30 Uhr, in the tunnel. Be there.